Da habe ich mir letztes Video geguckt und zwar vom ZDF. Ich weiß nicht, ob du die auch geguckt hast. Ich habe davon gehört, mir wurde die geschickt. Ich habe mir die nicht angeschaut leider. Also ich persönlich fand sie sehr gut. Die ist von Jochen Breyer, der auch das Sportschau, Sportstudio und so weiter macht. Der macht aber auch Dokumentation. Ich habe mir den Namen. Das geheime Leben der Superreichen. Es geht wirklich um Leute, die richtig viel auf dem Konto haben, also Milliardäre. Und da gibt es ja die Statistik, dass 10% in Deutschland besitzen knapp 70% des Gesamtvermögens. Also Schere zwischen Arm und Reich, das wird immer größer. Also für mich eigentlich einer der größten Skandale, der aber, also eigentlich müsste sowas jeden Tag irgendwo berichtet werden. Weil, also das muss man sich halt immer auf der Zunge zergehen lassen, weil man, keine Ahnung, der eine klagt sich wegen, keine Ahnung, die Butter wird einen Euro teurer und weiß was ich. Und die Milliardäre, das wurde nämlich in der Loco sehr schön gezeigt, die haben so viele Mittel. Also wenn du wirklich Vermögen hast, gibt es sehr viele Mittel, wie du Steuern sparen kannst. Und da hat er auch, gibt es extra so einen Steuerberater, der sagte ja, man kann bis das Ganze, den Steuersatz auf 1% runter reduzieren, indem du Stiftungen gründest, das im Ausland hast, wie auch immer. Und die haben halt mit ganz anderen Sachen zu tun. Und da habe ich mich halt immer gefragt, also warum wird das Thema nicht mal angegangen, so diese, ich sage mal, diese klassische Reichensteuer. Und das einzige Argument, was ich immer habe, ist, dass sie dann, ja, die Politiker oder, dass sie dann sagen, ja, dann ziehen die alle woanders hin, machen uns denn da. Und dann gehen uns bestimmte Einnahmen flöten, aber wo ich, wo ich dann denke, wie viele Millionen, Milliarden Steuergelder jetzt schon flöten gehen. Hast du da einen Einblick zu, Gedanken zu? Ja, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Also ich bin auch dafür, dass diejenigen, die mehr besitzen, auch einen größeren Beitrag leisten müssen. Ich bin auf der anderen Seite skeptisch denen gegenüber, die diese Steuern verwalten. Also okay, sagen wir, wir nehmen jetzt einen, äh, keinem, Dieterbohlen. Wir nehmen jetzt, ähm, wir, sozusagen, wir fordern diese Reichensteuer ein, okay? Und meine Frage ist, und die stelle ich mir persönlich auch, äh, wenn ich Steuern zahle, klar, ich zahle Steuern, ich muss Steuern zahlen. Und ich sehe das auch nicht als etwas, ähm, als negative Steuern zu zahlen. Es gibt viele Leute, die, die regen sich darüber auf. Ich bin der Meinung, ähm, sozusagen, es gibt Dinge, die gehören mir, es gibt Dinge, die gehören dem Staat und es gibt Dinge, die gehören Gott, ja? So, und, ähm, ja, ich, ähm, muss bestimmte Einschränkungen in meiner Freiheit, ähm, in Kauf nehmen, aber dafür bekomme ich eben auch eine gewisse Sicherheit. So, und, ähm, ich habe diesen Vertrag abgeschlossen, indem ich hier geboren bin, ja, dass ich zu diesem Land zähle. Und ich möchte auch Erfolg für dieses Land. Ich möchte, dass dieses Land beschützt bleibt. Aber was ich ganz oft sehe, ist, dass dieses Geld auch in Richtungen fließt, die, ähm, äh, den Interessen von denen da oben dienen. Was heißt denen da oben? Das ist, für mich gibt es eine Elite. Für mich gibt es Menschen, die superreich sind, die ein Interesse daran haben, ihren Einfluss auszuweiten und ihr Geld zu vermehren. Bill Gates. So, zum Beispiel. Aber Bill Gates, sehr gutes Beispiel. Äh, warum recherchiert ein Journalist nicht über Bill Gates, wäre jetzt die Frage. Warum, da gibt es so viele Angriffungspunkte, also allein in dem Fall Jeffrey Epstein, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Es gibt mittlerweile so viele Enthüllungen über diesen Menschen. Warum packt das kein einziger Journalist an? Und was ich dazu sagen kann, ist, Zeitungen wie Der Spiegel, Die Zeit, lassen sich journalistische Projekte finanzieren durch Bill Gates, durch die Bill Gates Stiftung. Und da frage ich mich, inwieweit kann man da kritisch berichten über Bill Gates? Nummer eins. Nummer zwei. Wäre ich Bill Gates, würde ich es genauso machen wie er. Und das ist mein Gefühl, okay? Das kann ich jetzt nicht zu 100% belegen. Aber wäre ich Bill Gates, würde ich eine Agentur beauftragen und die übelsten Verschwörungstheorien über mich in die Welt setzen. Weil was passiert dann? Ein Journalist, der die Recherche angehen will über Bill Gates, der kommt bei seinem Ressortleiter schon nicht weiter. Weil sobald er einen Text über ihn verfasst, kommen die übelsten Verschwörungstheorien immer gleich mit rein. Okay, das heißt, er hat wirklich eine Agentur. Das kann ich nicht sagen. Aber mein Gefühl, wenn ich recherchiere über diese Leute ist, wäre ich George Soros, okay? Wer auch immer. Würde ich antisemitische Verschwörungstheorien über mich in die Welt setzen, damit mich keiner anpackt. Wie kann es sein, dass dieser Typ uns erzählt, dass wir die Klimaziele erreichen müssen, dass wir den CO2-Fußabdruck verkleinern müssen und auch auf der anderen Seite so ein Leben lebt wie er. Mit Jets, mit Jachten, mit was auch immer. Und er nennt das Guilty Pleasure. Wie kann es sein, dass er damit durchkommt? Und aus meiner Sicht hat es Gründe. Und das eine ist, es gibt viel zu viele Verschwörungstheorien, absurde Verschwörungstheorien über diese Person. Und auf der anderen Seite fandet er weltweit, man sagt bis zu eine Milliarde steckt er durch verschiedene Stiftungen in Medien weltweit, um seine Interessen durchzusetzen. Und da ist er nicht sozusagen der Einzige. Es gibt sehr, sehr viele Superreiche, die das tun. Und die haben ihre Wege und Mittel. Und dass wir zum Beispiel nicht über die Reichensteuer nachdenken, hat eben auch damit zu tun, dass es neoliberale Stiftungen gibt, die seit Jahrzehnten in Deutschland dafür sorgen, dass der Sozialstaat abgebaut wird. Und dass Märkte dereguliert werden, dass die wirtschaftfreie Hand hat, dass die Finanzindustrie völlig entfesselt ist. Und es gibt so einfache Wege oder lass mich das anders formulieren. Es gibt ganz wenige Hebel, die man braucht als Superreiche, um öffentliche Meinung zu steuern und sozusagen dieses System für sich dienlich zu machen. Und eines davon sind eben Stiftungen und Funding. Die Mont Pelerant Societies, vielleicht hast du davon mal gehört. Das sind ja du, oder? Ah, interessant. Okay. Was wurde da gesagt? Kannst du das so ein bisschen zu umfassen? Würde mich interessieren, ob die da in die Tiefe gegangen sind, ja. Als ich es ausgesprochen habe, ich wollte es nämlich direkt einmal korrigieren, es gab nämlich ein Seminar in einem Hotel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, sagen wir mal genau, Mont Pelerant Society. Ob es das war? Oder ob es, es war auf jeden Fall, es gab ein Seminar im Hotel und der Journalist Jochen Breyer, der ist nicht hingegang, da hat jemanden vorgeschickt. Und das war eine versteckte Kamera. Und das war wirklich ein Seminar, wie Superreiche Steuern sparen können. Und das war eigentlich der, also ich spoiler jetzt mal, das war eigentlich so der Höhepunkt auch für eine Doku. Von den Teilnehmenden war auch eine da vom Bundes, also die war auf jeden Fall eine Beamte, die im Bundesministerium gearbeitet hat und die, für die den Bereich Erbschaft zuständig war. Also eine quasi, die von unseren Steuern bezahlt wird, dann aber zu einem Seminar hingeht, um den Milliardären zu erklären, also das Wort wirklich gesagt, ich habe da eine Werkzeugkiste, das kriegen wir auch noch hin, wie wir den und das Schlupflauch auch noch füllen können. Weil die gibt es anscheinend immer, genau, das wollte ich sagen. Ja, und Stiftungen sind der ideale Weg für Superreiche. Aber wie gesagt, ich habe dann immer im Hinterkopf, okay, jetzt nehmen wir die Steuern, okay, jetzt nehmen wir einen großen Anteil von dem, was sie verdienen. Wie auch immer sie es verdienen, darüber wird auch wahrscheinlich in dieser Doku berichtet, dass die ja ihr Geld für sich arbeiten lassen. Dass die eigentlich tatsächlich so gut wie gar nicht arbeiten. Ja, aber die Frage ist, wofür wird das Geld sozusagen ausgegeben und da bin ich sehr am Zweifeln, dass ich sage, okay, ist die Reichensteuer jetzt die Lösung des Problems oder haben wir bestimmte Zwänge, in denen wir in diesem System stecken? Okay, ich rede vom Mediensystem, vom politischen System, stecken wir in bestimmten Zwängen, kapitalistischen Zwängen und auch wenn ich da über Kapitalismus spreche, ist bei vielen so, ja, aber Kapitalismus ist das Einzige, was sich bewährt hat. Ich rede aber von einem Raubtierverhalten. Das heißt, unter allen Umständen will ich meine Interessen durchgesetzt sehen, weil ich immer weiter wachsen will, treibe ich immer weiter den Konsum an. Wenn ich den Konsum antreibe, brauche ich Ressourcen. Woher hole ich die Ressourcen? Die Ressourcen muss ich woanders erbeuten oder mir erkämpfen in anderen Ländern. Das heißt, wir stecken in bestimmten Zwängen drin, die für mich das viel wichtiger, größere Problem sind als die Reichensteuer, die ich auch befürworte. Ich bin auch dafür, dass Reiche einen größeren Beitrag leisten dazu, dass die Gesellschaft floriert und so weiter. Aber, wie gesagt, wir stecken in größeren Zwängen drin, sodass ich glaube, dass es am Ende keinen großen Unterschied macht. Weil das Geld wird nicht bei dem Volk landen, bei dem kleinen Volk landen, wenn wir das dann sozusagen durch die Reichensteuer einholen. Es wird nicht im Sozialstaat landen oder dafür, dass Bildung und Gesundheitssystem besser werden, sondern es wird wie immer für die Durchsetzung elitärer Interessen eingesetzt werden. Und das sind zum Beispiel Kriege.